Eww! Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. 200 Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die wären sich schön in den Arsch gebissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absurgen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Könnt ihr die Stasis hinter uns her? Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Wir könnten doch noch mal einen Alarm bauen. Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Das Risiko ist zu groß. Es wird nicht funktionieren. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist näher. Was näht er denn da? Darf ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Können wir kurz reingucken? Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert. Los geht! Feuer! 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 Was tut der aquellos ist. Was tut das nicht die neue Welt. Und das ist mit dem die Zeit, der wir die ganze Zeit fragen. Vielen Dank.